Mein Lieber Herr Gesangverein Wir schauen uns die Zeitlufer an Uli, wo warst du in dem Moment? Ich dachte du tauchst da hin oder so Das klingt zu schnell Ich muss da noch ein bisschen üben Und ich hab auch die Handschuhe nicht an Vielen Dank Klaus Fischer Ach guck mal das Sakko fehlt noch